Die Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale, kurz Helabar, ist eine Geschäftsbank mit Stammregionen in Hessen und Thüringen sowie Ausrichtung auf das Großkundengeschäft. Sie ist außerdem Landesbank für die beiden Bundesländer, Kommunalbank für deren Kommunen und Verbundbank für die dortigen Sparkassen. Zum Juli 2012 hat sie das Verbundbankgeschäft der ehemaligen West-LB für die Sparkassen in Nordrhein-Westfalen sowie in Brandenburg übernommen. Mit etwa 6.150 Mitarbeitern gehört der Helabar-Konzern zu den größeren deutschen Landesbanken. Die Helabar ist eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Ihre beiden Hauptsitze sind Frankfurt am Main und Erfurt. Die Bank betreibt mit der Landeskreditkasse zu Kassel eine Niederlassung in Kassel und seit Juli 2012 eine in Düsseldorf. International ist sie mit Niederlassungen und Repräsentanzen in Paris, London, New York, Madrid, Moskau, Shanghai und Singapur vertreten. Die Frankfurter Sparkasse ist eine hundertprozentige Tochter der Helabar. Zum Helabar-Konzern gehören auch die Direktbank 1822 direkt, die LBS Hessen, Thüringen und die WIBank. Letztere realisiert Förderprogramme des Landes Hessen. Zum Konzern gehören auch die Tochtergesellschaften Helabar Invest, Kapitalanlagegesellschaft, die Frankfurter Bankgesellschaft und die OFB-Gruppe. Die in der Immobilienprojektentwicklung tätig ist Geschichte. Am 1. Juni 1953 entstand die Hessische Landesbank Girozentrale aus dem Zusammenschluss der 1940 gegründeten Hessischen Landesbank Darmstadt, Girozentrale, der 1840 gegründeten Nassauischen Landesbank Wiesbaden und der 1832 gegründeten Landeskreditkasse zu Kassel. In den 1970er Jahren brachte der Helabar-Skandal die Hessische Landesbank in erhebliche Bedrängnis. Am 1. Juli 1992 wurde durch einen Staatsvertrag über eine gemeinsame Sparkassenorganisation zwischen Hessen und Thüringen die gemeinsame Landesbank geschaffen. Sie war damit die erste über Ländergrenzen hinaus bestehende Landesbank. Im Jahr 2005 erwarb die Helabar die in finanzielle Schieflage gerartene Frankfurter Sparkasse und stieg damit wieder verstärkt ins Privatkundengeschäft ein, dass sie bereits bis 2003 über ihre Niederlassung Darmstadt sowie am Standort Kassel durch die Landeskreditkasse zu Kassel betrieben hatte. Mit Wirkung zum 1. Juli 2012 übernahm die Helabar die von der West-LB herausgelöste Verbundbank sowie risikogewichtete Aktiva in Höhe von 8,3 Milliarden Euro. Die Verbundbank wurde mit einem Unternehmenswert von 0 Euro und einer Bar-Kapitalerhöhung von 1 Milliarde Euro in die Helabar eingegliedert. Mit der Verbundbank wechselten 451 Mitarbeiter von der West-LB zur Helabar und arbeiten seit September 2013 in früheren Büroräumen der IKB Deutsche Industriebank am Standort Düsseldorf-Golzheim. Zukünftig betreut die Helabar in ihrer Funktion als Verbundbank 167 Sparkassen, davon 34 in Hessen, 16 in Thüringen, 106 in Nordrhein-Westfalen und 11 in Brandenburg-Geschäftsfelder. Die Unternehmenssparte Großkundengeschäft beinhaltet Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Banken sowie institutionellen Investoren. Zur Unternehmenssparte Privatkunden und Mittelstandsgeschäft zählen neben der Verbundbank die Landesbausparkasse Hessen-Thüringen, die Frankfurter Sparkasse mit der Direktbank 1822 direkt sowie die Frankfurter Bankgesellschaft. Im öffentlichen Förder- und Infrastrukturgeschäft als dritter Unternehmenssparte nimmt die Helabar über die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen. Wie Bank im Auftrag des Landes Hessen öffentliche Förderaufgaben war. Insbesondere in den Bereichen Wohnungs- und Städtebau, Infrastruktur, Wirtschaft, Landwirtschaft und Umwelt. Beteiligungs- und Tochtergesellschaften Frankfurter Sparkasse 1822 direkt Frankfurter Bankgesellschaft Helabar Invest GWH Wohnungsgesellschaft Hessen OFB Projektgesellschaft GGM Gesellschaft für Gebäudemanagement HIB Helabar Gesellschaft für Immobilienbewertung Helabar Dublin Hannover Leasing Organisationsstruktur Die Helabar ist eine rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts. Die Organe der Bank sind die Trägerversammlung, der Verwaltungsrat und der Vorstand. Nach Übernahme des West-LB-Verbund Geschäfts Sparkassen und Giroverband Hessen-Thüringen zu Landhessen Freistaat Thüringen Rheinischer Sparkassen und Giroverband Sparkassenverband Westfalen-Lippe Fides Beta Treuhänderisch für den Deutschen Sparkassen und Giroverband Fides Alpha Treuhänderisch für die Regionalen Sparkassenverbände Vor Übernahme des West-LB-Verbund Geschäfts Sparkassen und Giroverband Hessen-Thüringen Landhessen Freistaat Thüringen Der Vorstand der Helabar besteht aus dem Vorstandsvorsitzenden Herbert Hans Gründka, Thomas Groß, Jürgen Fenk, Detlef Hosemann, Rainer Krieg, Klaus-Jörg Mulfinger und Norbert Schrath, frühere Vorstandsvorsitzende Herbert Laufer, Wilhelm Konrad, Gustav Bote, Wilhelm Hankel, Leopold Bröcker, Heinz Sippel, Herbert J. Kaschmieszak, Karl Kauermann, Hermann Adolf Kunisch, Walter Schäfer, Günther Merl, Hans-Dieter Brenner, Hauptgebäude Die Grundsteinlegung des Main Towers in Frankfurt fand im Oktober 1996 statt. Drei Jahre später zog die Helabar ein. Mit einer Höhe von 200 Metern ist er der vierthöchste Wolkenkratzer in Deutschland. Zuvor hatte die Bank ihren Sitz im angrenzenden Garden Tower. Zweiter Sitz der Landesbank ist ein aus mehreren Gebäuden bestehender Bürokomplex aus den 1990er Jahren im Südwesten der thüringischen Landeshauptstadt Erfurt im Stadtteil Brühlervorstadt auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnereien von Ernst Bernari. EU-Bankenstresstests Im Juli 2011 teilte die Helabar bereits vor Präsentation der Ergebnisse des EU-Bankenstresstests mit, dass sie aufgrund von kurzfristig geänderten Regularien der CEBS durch den Stresstest gefallen sei. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde hat die Kapitaleinlage des Landes Hessen in Höhe von 1.92 Milliarden Euro nicht als hartes Kernkapital gewertet. Dadurch entstand bei der Helabar eine Unterdeckung von 1,497 Milliarden Euro bei einer geforderten Mindestquote von 9%. Aus diesem Grund ist die Helabar in formeller Hinsicht durchgefallen. Aufgrund dieser Ereignisse untersagte die Helabar im Vorfeld eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Durch diese Schritte wollte die Helabar in der Öffentlichkeit einen zu großen Image schaden und den Eindruck eines möglichen Kapitalengpasses vermeiden.